Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen und ein hässliches Willkommen nein ja wir sind wieder am Schiff mit einer riesen Crew diesmal die gehört auch dazu hier die da die da die kann die kann aber nicht reden das sind alles NPCs alles NPCs aber ich nicht du nicht du bist menschlich was für eine Frau ja was machen wir heute heute fliegen wir zum Mittelpunkt der Erde so wir schauen wir schauen mal Prozent 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 das ist also der Treibstoff Prozent wie kriegen wir Treibstoff mein Schatz weiß ich kann nicht wie kriegen wir Ups jetzt hast du das aufgesammelt was war das genau oh ja habe ich hier im Raumschiff drinnen einen großen Haufen reingemacht das hört sich falsch an ich habe einen großen Haufen reingemacht bei welchen Planeten sind wir denn jetzt ähm guckst du hier auf 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 dem auf dem Sitz kannst du Kader sehen und zwar das grüne Schiffchen was sich so dreht so 8 Uhr etwa 7 Uhr ich kann hier gar nichts gucken weil die Katze im Weg steht achso einmal drauf sitzen auf dem Stuhl geht nicht die Katze steht davor jetzt so ja dann siehst du ein grünes Schifflein unten was sich dreht ne links ja unten das sind wir das sind wir ja ok und wenn du jetzt das mal rechts äh Entschuldigung mit der rechten Maustaste kannst du fliegen irgendwo anklicken ok siehst du es ja genau wenn du zu dem Planeten der jetzt vor uns ist hin willst machst du rechtsklick drauf dann fliegst du hin dann bist du eine Umlaufbahn von diesen Planeten auf dem großen war man vorhin da gabst du Theater und da haben wir noch drei andere Planeten da kleine mittlere große da musst du linksklick drauf richtig siehst du das warte mal ich komme kurz zu dir rüber und und was sind das komische lilan der Dinger ich komme kurz zu dir ja ohne der Einglück zusammenkommen ja das so das sind wir momentan genau das sitzt hier da an rechts den Kauf erst mal von da bis darüber dass du kommst aber wir fliegen doch gar nicht weißt du was du siehst dein Schiff jetzt hole ich das zu uns oder was ja du kannst immer so schiff jetzt siehst du so die Karte in diesem Orbit siehst du drei Planeten dann klickst du zum Beispiel einen Planeten an machst du linksklick genau und was es ist so Atmosphäre hat Meteoriten und so was den nächsten Planeten zum Beispiel an so einer und du schickst mir den grünen an jetzt sieht gut aus machst du ähm darauf ein linksklick dahin machst du X dann siehst du normalerweise dass das Schiff unter den Planeten ist so läuft das aber warum kann ich jetzt nicht fliegen? weil wir in meinem Raumschiff sind deswegen das ist jetzt sein Raumschiff was du jetzt teleportiert hast ja toll deswegen wir könnten uns jetzt zum Beispiel jetzt auch beamen ja beamen auf dein Schiff und dann da drauf gehen das geht natürlich jetzt auch ja hm manu das wird auch gehen äh der hat sich gerade gebückt wie wollen wir das machen? hm soll man das Schiff als Hauptschiff nehmen für uns oder? ja mhm so da bin ich wieder upsala ich war nie weg gewesen also schauen wir mal was ist denn das für ein Schiff? wer für ein Planeten? was ist denn das? los geht's Florana soll hierbleiben? soll ich jetzt messen? hmhm ja wir gucken mal auf dem Planeten unter haben wir Essen noch dabei? Inventory Essen ja paar Döschen habe ich noch ich habe eine Dose nur noch eine Dose? haben wir denn was drinne hier? ja hier ist ein Backkartoffeln ist drinne ähm Aua können wir voll die Tür vor der Nase zu? warte mal ich tu mal grad was ich tu mal so als wenn ich das machen würde hmhm ähm ähm hau auf den Halsen warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal hier sind zwei ach so siehst du auch was ich hier drin mach ne? warte nur mal kurz ja ja alles gut die Erze und das ein bisschen so ähm du siehst die zwei Äxte hier ne? nimm mal eine Axt mit zu dir und nimm mal die Backkartoffel die beiden Fleischsorten die Gärtnerwerkbank baue ich gleich mal auf weil ich auch noch was aufbaue ähm ähm wir müssen auch mal gucken ob wir vielleicht irgendwo an der Seite auch ein bisschen Waffen hier aufbauen könnten weil hier sind zum Beispiel Waffen dass wir die erstmal einfach mal einlagern weißt du und sagen jo wir lagern mal ja das ist meine Waffe meine Waffe ist weg was war das denn? so die Axt hab ich wieder ähm hier hast du noch sowas nimm das verfaultes Essen schade da ist noch ein Fleischstück oh ganz schnell ich muss ganz schnell machen ich geh jetzt raus ich hab drei oder vier Äxte ne? schnell fünf Minuten schnell weg Katze ich muss das Fleisch kochen sonst ist das auch schlecht so ich hau dir jetzt mal Fleisch ins Gesicht ja was waren die Manipulator Module noch? Manipulator ach ums schneller zu machen glaub ich ne? schneller zu machen etc die können wir erstmal weglegen für gewisse Sachen später mal oder sowas dass wir das machen können können wir ein bisschen was sammeln erstmal so guck mal da ist ne Backkartoffel drin brav ich hab nämlich Dings hier voll der Inventar mit irgendwelchen Baumaterialien müssen das später mal aussortieren alles ne? auf jeden Fall wie gesagt wir gehen doch erst mal auf der Suche hier ist noch sowas ja die brauchen wir ja jetzt um Dings zu machen ja diese diese erste Hilfe Heilsalbe Backkartoffel und sowas das kannst du alles nehmen plus die Axt ich hab drei Äxte bei mir oh okay das soll nicht Spaß sagen ich mach mal Heilsalbe vor uns wenn das geht ja oh 278 Heilsalbe krass eine Waffel eine Waffel ist da dauert jetzt natürlich ne Heilsalbe machst du? mhm kannst du eigentlich weg machen aufhören warum? ich hab hier 102 reingelegt 102 hab ich und wenn dann würden wir versuchen eher die anderen fertig zu machen dass wir die Verbände haben die schneller funktionieren okay dann müssen wir nur nach Hause fliegen kurz ist ja kein Thema ja sonst wäre das schade rausgeschmissen das Zeug weißt ähm okay auch noch essen hast du auch noch äh Verbände? kannst du nehmen die 102 ich hab welche ich hab auch 102 da oh ich muss essen ja solltest du okay wir kommen nicht weit mit dem Essen ich bin jetzt voll hab aber kein Essen mehr drin ich fliege ganz kurz mal zur Station zurück hier bevor wir hier runter gehen okay warte hör zu bevor ich das mach ich wolltest du noch ein kleines bisschen gemütlich machen guck mal oh ich glaub da behalten sich zwei und guck mal es gibt nichts besseres als auf dem Sofa zu liegen und Samstagmorgen Cartoons zu schauen halt geil lass noch jetzt proben wir halt scheiße jo na wau hier jup so so ne das sieht doch noch was aus hops kann sich hinlegen nackte Frau kapsch 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 ich guck fernsehen ach sie ist jetzt schon drauf okay gut ich hol mal ganz kurz was zum Essen für uns noch nach unten ne behe mich runter das Kottin zwei Telesporter äh stopp Teleporter so gut ja hol ich mal schnell was ne ne so ich glaube es schon immer genossen die Flammen eines Lagerfeuers tanzen zu sehen so dell derSabren hat irgendwas überm Lagerfeuer gemacht okay Und der andere hobbelt drüben rum So Die haben jetzt gerade irgendwelche Verbände? Weiß ich Ja, das sind, du kannst sie einstellen als Heiler So, ich hab was für dich Los geht's Die kommen da gleich weg Oh, so voll erschlagen hier So, zwei Dosen Und ein Apple-Lichter Die kannst du nehmen Hast du Verband noch dabei? Ja, die Heilsalbe halt Verbände, nee Verbände, nee Da haben wir doch leider alles unten verbraucht Ich bin gleich wieder da Huch, da kommt ja eine mit Ähm, Spatzi? Ja, bitte Geh mal zum Teleporter Und teleportier dich mal zu uns Nach Hause Ja, die kommen meistens mit Ja, und die arbeiten auch hier bei uns zu Hause Allerdings Der eine kam ja auch Ja Ähm Der wo aussieht mit so einem Skelettkopf Der war ja bei mir auf dem Schiffi Ja, der eine ist mitgekommen Warte Wo ist die? Wo ist die Frau weg? Oh, hier haben wir ja auch noch Money-Batter-Module Ja, wie viele? Den Stück Dann kannst du den Stück Die oben in deinem Schiff sind Für dich benutzen Ja, wir können sie erst mal sparen, ne? Weil, ich weiß nicht, was soll man denn als nächstes dann manipulieren? Äh Was heißt eigentlich Materieeinheit? Materieeinheit erhöht die Manipulationsfläche Auf 3x3 Kacheln Erhöht die Materienzerlegungsgeschwindigkeit um 200% Oh, geil, das könnte ich machen Hast du 16, manipulat-Module? Kann nicht sein Ach nee, 10 von 16 Aber warum wird es dann angezeigt? Wird angezeigt, aber du kannst doch nicht nehmen Ach nee, du kannst upgrade machen Optik brauch ich nicht Optik nicht Und das andere wahrscheinlich auch erst nicht Hier Aktiviert das Sammeln von Flüssigkeiten Okay, dann lasse ich die erstmal noch hier Also irgendwo sind noch welche, glaube ich Also ich denke mal Eins von den beiden oben Wäre interessant Später Guck mal, ich habe was für dich Extra gerade hergestellt Huch, der hat einen geflogen Achtung So Die haben wir da Und ich hau da mal Das Gezübel rein So Okay Achso, kann man gleich essen mit dem Mensch Wenn wir schon hier sind Ja, du Sieben Backkartoffeln Dreimal das Ich will ihn mal kurz testen Ach hier Hier ist die andere Sie läuft hier draußen rum Okay, dann such sie was Sie hat wahrscheinlich den anderen gesucht Sie hüpfte gerade so rum Und die Arme so nach oben So nach dem Motto Los geht's So, ich habe was für dich noch Ich will mal ganz kurz gucken Wie die mitkämpfen Ob die überhaupt mitkämpfen Toll Ja, da kommt immer ein Ohr Ja, die kämpfen schon mit Yay Ups Super Super Also, wir können jetzt weiterlegen Äh, weitermachen Mit einem neuen Planet, mein Schatz Warte mal kurz Ich will mal gucken, wie sie da reagieren Und zwar Und wie füttert man den dann? Und wie füttert man den dann? So Ich weiß die ersten raus So Hast du ein bisschen was? Ich auch Und Ach so, die Verbände Die Verbände Komm da hoch So kommt er jetzt nicht mit? Weiß nicht Die haben ein Eigenleben manchmal Ja, so Ah, du musst sie anklicken Deswegen kommt er nicht mit Du hast ja außerdem nicht angeklickt Wenn du ihn anklickst Dann bleib du manchmal hier Schlechter Holztisch Guck Jetzt kommt er mit Und deswegen neben Florana So hierbleiben Genau Hau 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 Ja, ich bau mich mal hoch Und gehe auf den anderen Planeten Hier auf den anderen Planeten Wo wir gelandet sind Ist der neue Kannst du dich dann zu mir beam Oh, sie hat sich hingelegt Zum heilen Guck mal Nice Das brauchen wir also auch hier oben Damit sie sich schlafen legen können Zum Leben Cool Ah, jetzt kommen alle drei mit dann Du nimmst dein mit Und ich nimm die anderen beiden mit hier Oh Halt Geh nochmal schlafen Schade Ich sehe halt nicht Das Leben von denen Nö Gar nichts Ich frage, wie lange muss ich jetzt schlafen Sollen wir die mitnehmen Oder lassen wir sie hier Was meinst du denn? Ich lasse sie hier Ich lasse sie hier Nö, wenn dann nehmen wir sie schon mit Nö, dann sterben sie Okay, dann lassen wir sie erst mich Toll, die eine mit Okay, aber jetzt geht's Zum Planeten Tschüssi Die eine kommt trotzdem mit Toll Ich komm nochmal hoch Und lass die Frau mal da Weißt du was? Hier war man nämlich schon bei dem Planeten Ja Ja Das ist ein Sandplanet Welcher Sandplanet? Ja, und der halt Sand hatte, ne? Achso Hier sind keine richtigen Planeten Hier Das war D Das war D Das war D D